Aus der ganzen Welt reisen Menschen an das Tote Meer, um dort den Körper zu stärken und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Es sind die einzigartigen Salze des Toten Meeres, die diese so positive Wirkung auf die Menschen haben. Aber das Tote Meer liegt in weiter Ferne und der Effekt verblasst nach wenigen Wochen. Doch jetzt gibt es die absolute Sensation. Bringen Sie das Salz des Toten Meeres direkt in Ihr Zuhause mit Livington Ocean Breeze, dem einzigartigen Ultraschall-Heimluftbefeuchter, der die Luft vollautomatisch befeuchtet und mit den wertvollen Salzen des Toten Meeres anreichert. Schaffen Sie sich ein herrliches Raumklima wie am Meer. Livington Ocean Breeze macht Schluss mit trockener, kratziger, reizender Raumluft. Atmen Sie die Kraft des Toten Meeres. Livington Ocean Breeze ist ein hochwertiger Ultraschall-Heimluftbefeuchter, der in Zusammenarbeit mit dem renommierten Institut IBO Raumanalytik entwickelt wurde und der vollautomatisch arbeitet. Sobald Sie Ocean Breeze einschalten, startet das Gerät mit der Befeuchtung der Luft und reichert diese mit hochwertigen, besonders sanften und mineralstoffreichen Salzen des Toten Meeres an. Die Luft wird in vorprogrammierten Abständen erfrischt, sodass Sie immer den idealen Salzgehalt in der Luft haben. Sie müssen also nichts tun, außer das Gerät einzuschalten und die wohltuende Raumluft zu genießen. Sie können niemals über- oder unterdosieren. Das schafft eine wunderbar beruhigende und entspannende Atmosphäre. Fördern Sie Ihr Wohlbefinden und unterstützen Sie Ihren Körper. Täglich mit Livington Ocean Breeze. Atmen Sie die Kraft des Toten Meeres.